Wie, äh, was machst du so? Mobile Wirtschaft. Okay. Gibt es genug Wohnungen, die du verticken kannst? Kennst du da jemanden? Äh, ich hole selber eine. Also du hast keine Wohnung, aber du willst welche verkaufen? Nice. Cool, das wäre, das wäre richtig, das wäre das beste Verkaufsgespräch, wenn du dann mal eine Wohnung verkaufen willst als Makler. Hey, wie gefällt euch die Wohnung? Ja, nice, wir nehmen die. Cool, darf ich mit einziehen? Nein, okay, scheiße. Darf ich wenigstens kurz rein duschen, Leute?